Es ist Tripties-Time Wenn man sich besser angreifen kann Machen wir die Krähe Oder den Raben Jetzt Ach man Ja genau Mach genau das Dann habe ich genug Zeit Um Furiyoko zu regenerieren Mach die Tacke ruhig nochmal bitte Gut, er ist noch bei drei Kugeln Das ist in Ordnung Ah shit Wieviel habe ich noch Dorn für Sicher ist sicher Jetzt bin ich mal auf dem Kopf geschwungen Aber besser als Die 6 KPM zu verlieren Wenn ich in die Flammen springe So, nochmal Ray of Light nochmal Shit, er macht die Attacke trotzdem Er lässt sich davon nicht abbringen So, tauch bitte nochmal unter Nein Ray of Light Kaboom Boom, bam, boom Jawoll, genau das wollte ich machen Äh, solltest du machen Also nicht ich, du Genau So, jetzt leite ich meine Furiyoko wieder auf So, stirb, also diese Form Ach shit Ist einfach genug, lange genug liegen bleiben Ohohohoho Nochmal heilen Ah, jetzt kommt wieder seine Imba Form Bei der ich nicht verstehe, wie sie funktioniert Vor allem, weil ich ihm irgendwie nichts abziehe So, bringen wir mal Ray of Light nochmal Vielleicht zieht das ja was Das zieht auch nur eins ab Ich verstehe das nicht Ey, witz, warum? Ich verstehe nicht, wie ich den besiegen soll Vor allem zieht er mir einfach mal hier Die Hälfte meiner KP immer so ab Mit 2, 3 Schlägen Oder tötet mich einfach direkt mit 2, 3 Schlägen Äh Ey, was ist das für ein Penner, Mann Wie soll man den denn besiegen? So, weg Und weg Mann Ich verstehe das nicht, wie man den besiegen soll Ich verstehe das nicht, wie man den besiegen soll Ach, geil Da springe ich einmal nach oben und dann ist es falsch Ah Ah War doch richtig Was das? Ich habe ihn mit nur einem Schlag Ich habe bekommen aber besiegt, ja toll Und nun? Kriege ich einen Keks? Ja, komm, wer will mir einen Keks geben? Ich will einen Keks Bla Ne, auf einmal wieder mal Ruhe Packen wir mal Nicht Koroho leiser Ja Ja, okay, das Na, 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 na Böser Ich weiß auch nicht mal wie das heißt Mephias oder so Das interessiert MoTS Benga Na, 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 na Ah ja, jetzt war das mit dem Gift, nicht mit dem Feuer. Jetzt habe ich es mit dem Feuer verkackt. So, Striptease-Time. So, schwarzer Rabe. Denn wir kommen jetzt zum Ray of Light. Gut, hat die was abgezogen. Oh, der Tacke ist echt hilfreich, muss ich echt sagen. Habe ich gerade die Steine? Egal, ich habe die Steine zerstört. Also ich glaube, dem Feuer auszuweichen ist eigentlich gar nicht so schwer. So, probieren wir es nochmal. Kann ich Steine wirklich zerstören? Ja. Dann kann ich mir noch so einen Angriff verpassen. Perfekt. Ne, 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 ne. Du bleibst doch schön hier. Einen Ray of Light kriegst du noch reingeblöckt. Bevor ich mich hier erstmal in Ruhe regenerieren kann. Moment, den hat doch erstmal. Ray of Light. Nee, 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 nee. Hm, shit. Sicher ist sicher. Moment, warte kurz, warte kurz, warte kurz Jetzt darfst du gehen Ich glaube, das ist eine andere Form, wo er sich so in eine Spinne macht, oder was nochmal, dieses Spinnfäden Vielleicht nur so eine Übergangs... What?